Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den ersten Erfolg im Schloss Nafria bei dem Boss Schrillschwinge. Und dort haben wir das Achievement blind wie eine Fledermaus und für dieses müssen wir den Boss Schrillschwinge im normalen oder höheren Schwierigkeitsgrad besiegen, nachdem wir sechs listige Diener getötet haben. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes solltet ihr, bevor ihr den Kampf anfangt, bestimmte Stellen markieren. Und zwar, wenn ihr jetzt hier am Rand entlang lauft, seht ihr, dass hier so kleine Brocken am Boden liegen oder so eine Flüssigkeit. Ich weiß jetzt nicht, was das darstellen soll. Auf jeden Fall liegt da was. Und da sind sechs Stellen hier am Rand im Raum, die ihr markieren solltet. Und zwar die erste ist bei mir hier, die zweite hier direkt daneben. Also hier ist übrigens der Eingang. Wir gehen links rum. Die können bei euch woanders liegen. Ich habe schon Kommentare gelesen, dass die anscheinend unterschiedlich sein können. Ich zeige euch jetzt mal, wo die bei mir liegen. Ihr solltet einfach mal Axt draufstellen. Dann haben wir hier das dritte. Hier gegenüber vom Eingang das vierte. Hier hinten das fünfte. Und dann ist das letzte hier vorne. Was passiert jetzt? Sobald wir den Kampf starten, spawnen an diesen Stellen unsichtbare Diener. Und diese Diener müssen wir töten. Die können wir aber nicht direkt angreifen. Ich habe zwar gehört, dass DHs die aufdecken können, ist aber relativ irrelevant. Sondern ihr müsst die töten mit einer Fähigkeit vom Boss. Und zwar castert der Boss verschiedene Sachen. Unter anderem haben wir hier Echo Ortung heißt das Ganze. Da werden verschiedene Spieler anvisiert. Nach 8 Sekunden springt der Boss auf die Position. Und dann gibt es eine Voidfläche, die abgelegt wird. Und durch diese Voidfläche können wir dementsprechend die Mobs rausholen. Und dann ticken sie langsam tot. Das ist eigentlich das ganze Achievement. Das kriegt ihr unter anderem auch, wenn ihr beim Schrei fällt. Also ich denke mal, wenn ihr es in Normen macht, könnt ihr euch auch beim Schrei quasi failen. Und euch dann reinstellen. Aber durch das ganz normale Anspringen quasi vom Boss dürfte das auch funktionieren. Einfach die Echo Ortung, wenn ihr die abkriegt, hinlaufen. Oder ihr könnt euch da am Anfang schon hinstellen. Boss springt euch drauf. Lache landet. Mob stirbt. Fertig. Ich habe jetzt das leider nur ganz am Ende aufgenommen, wo ich das Achievement eingeheimst habe. Ich zeige euch jetzt mal hier noch, wo wir es bekommen haben. Da lag der halbe Raum dann voller dieser Suppe. Die Ätzlinge ist gestorben. Da solltet ihr auch so ein bisschen drauf gucken. Übrigens, sobald ihr es erfüllt habt, wenn ihr euch das Achievement in den Erfolgsreiter an der Seite post pinnt, dann könnt ihr schauen, ob es weiß wird. Wenn ihr alle getötet habt, wird es weiß, dann könnt ihr den Boss umhauen. Das ist eines der leichtesten Achievements. Viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu beachten. Ja, das war es dann soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mal solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.